Hallo Leute, ich bin wieder zurück, Schattenpumma mit Let's Play Unleashing of Cards. Fun Agreement AOS. Okay, und wir hängen hier immer noch fest. Ja, die Stadt ist wunderschön, aber ich soll nicht nachtwerden, verdammt. Und ich will einfach nicht nachtwerden. Ich hab doch schon mit jedem geredet. Wieso wird es jetzt nicht nach, weil ich irgendwen übersehen. Das wäre fies, wenn man mit jedem einzelnen reden muss. Und ich glaube, so ist es auch. Also, nee. Hallo, Guy. How are you? Über schöne Kopfschmerzen und Atmen nicht vergessen. Äh, geht's gut? Natürlich. Ich will nicht nur aufbundern. Äh, nicht die Besser. Dann, da, da. Wieder, äh. Ja, schon, die Karte an, in der Schmerzen nach. Jetzt aber nicht. Da, 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 da. Ich hab immer noch die Vermusung, dass ich ihn nicht so weiß, und zieht ja nicht, also, äh, dem, 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 dem. Die Theken Tutorials ist schlafen, geht. Das wäre der Epic. Un hab immer auf tropfen, äh, Musik ibog. Ich hab ein Zweig. Äh, ich glaub, ich bin zweig. Tutorialkampfer. Ich weiß, wie das ist, 10. Die das kommt, kein Kamm, ich hab nicht, dass 50 fühlt, es habe ich sogar, äh. der wörter nun hallo schockt sagt mir dass es noch wird die schweb verkauft man nicht reichert die m m m m wieso verkauft er das schild nicht der hat es doch k ja ich glaube ich muss auch was aufs krim machen ne alles muss ich aufnehmen vielleicht kann ich mein guter ich würde auf jeden Fall aufnehmen dünn ja agreement wie geht es hier weiter wenn ich gebe nicht auf ich will weiter probieren und das bleibt jetzt bitte da ich habe ich dir noch nicht geredet die die besondere ist aber sagen naja ich hoffe doch ich kann niemand mit seiner ätzenden hv wie deiner mag ich doch die eigene nase es kann auch nicht sein dass wir hier niemand können ich hoffe eine antwort zu finden einige davon haben wir geraten bei nacht auf das wort zu laufen möglicherweise dann jemand hier das ist ja ich kann nicht glauben so viele haben wir geraten mich nach bleiben zu sehen das mädchen da ist nicht mehr drin das soll im weg bleiben hallo wir kennen sich also finden ja sie können nicht immer noch zu sich auch durch teleportiert hallo ja hier ist nichts noch mal im privaten bereich sagst du das gleiche los verschwinder ja jetzt hat sich wohl mehr dass sein bereich ist woher sollen wir es dann also wissen so hat mich gespannt na gut wollen wir mal vielleicht finde ich hier jemanden der mir helfen kann ich komme so sprach vor das zweit mit der kreis war hauen und punkt 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 da oben ist immer drauf gelaufen ja hallo evry hallo genießt du auch die wunderschöne nacht naja teilzeit möchte ich herausfinden welches heißt das du kannst du ja nicht erinnern ja richtig ich bin im weit aufgenommen das ist das vorher passiert ist oh nein ich würde gerne irgendwie helfen das kannst du ja vielleicht es scheint nicht so als würdest du mich kennen aber ich dachte mir vielleicht kennst du eine stadt und benähe nein das ist das doch hier das einzige und sie ist auf dem konditionen müssen Kosta geh doch nicht so ein trennen erst recht nicht umüberwaffnet ich habe ein schwer hier habe ich doch ich habe ahnung wie er kämpft das möchte ich schon zeigen du hast du da na gut so kann ich auch ja da die kohle aber ich habe schon erwartet die kauft hat 2 wenn sogar 3 und 1 verkauft man muss jetzt noch mal da rein die Waffen verlangt zu haben alles klar machen haben wir die Waffenausrüstung die Waffenausrüstung die Waffenrechte die Waffenrechte die Waffenrechte die Waffenrechte die Waffenrechte die Waffenrechte du bist blöd du bist nicht mal hier nein sie kann über Entfernung sie hat ein Handy erfunden war so wie das Spiel ist in der älteren Zeit oder so war ich habe den Platz mit den zwei Wänden zu ich habe ganz viel schon gesehen aber wo war der wo warst du und da ich noch kein Kampf hatte habe ich auch gut oder oder ich glaube es ist jetzt ein Kampf ich will yeah epic so beginn wir mit deinem letzten Schlagabtausch also darfst du mich nicht töten he 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 allgemein ist der Kampf unter Teil dem Volk in der Ruhmluik ähm Kampf oder Kampf und ich so das so so wir haben auch ich ja dann haben wir ein wunderschönes das sind kein passiert ist ein der nur ihr habt den kampf 50 ich will noch mal nun gehen wir so durch die bürger zu verändern zu einer hülle direkt zum felsen er hat es nicht gelesen hier haben die zum felsen führt die berge der höhle die in der felsen führt das macht Sinn da werden wir da gehen wir können das doch erstören das bis jetzt nicht die schaffte erhältlich aber auch mal versuchen bürger bürger gehen aus wo soll wir gehen in die berge bis in der berge der feld ist zuvor passierte kämpfe sind wie sauer da ist was nicht schön okay ich habe Angst ich mache herrn wettbewerb macht alles für eine zahlreiche schafft das ist etwas drehen es gibt 1006 und augen folge sein ich meine ich bin ja schon das klang nach folgsmusik aber gar ich habe geschützt ist ja da kann ich aufgeführt und das ist schön zu wissen später vielleicht mal ja ich glaube da gibt es keine sequels mehr und zählt nicht wie viel sich schon verpackt habe das wäre nicht zählen wo der wachst der tüte sie für die sich die lande aus dem liebsten angehört also hier wahrscheinlich machen er hat ja auch nicht dort die schwarze man kann ich doch nicht angriff du doch der wäsche füße dann bin ich sicher der beste zu spielen da der Kenntnis schlägt es ist natürlich fast ja fast das Ding ja schlacken zum Klacken zum Schöpfen nur alle müssen trocken 10 Prozent gehaustet werden wir auch nur ein Spiel LV 2 kannst du etwas L muss immer noch der gleiche user wenn du kannst nicht gerade fast eine portion verschwenden oder nicht sterben wie da ist was ich durch jeden stacheln nach kontrollieren R.A. Stachel R.A. R.A. die Bekannten zu müssen die Neue ist eine einzige Fledermaus er eine Fledermaus wird sich umbringen die Schöpfung ja Dr der Fieberzweck hat denn der das ist die Stoffe nicht kontrolliert ja ich muss jetzt lernen weil normal wird nicht so leicht nicht sein die Leicht und ich glaube die Kräfte nur in die Hürden im Dorf wie soll ich jetzt war okay ich habe sie haben einfach eine höhere Welt zu machen damit ich ziehe weniger und so zieht die Engel mehr als ich die erkämpften Stock als der Epikschwert und die Kämpfe mit dem Stock wir jetzt wurden immer lieber ausrüstung lässt wird sich das verändert das wäre geil ich habe mich ausprobieren den Stock am Ziel oder so wie es wäre ich habe ja Platz haben das ist gut das war schon ganz viel Schaden zu gewinnen der Gäste ich bin mir einfach nur schneller und ihr habt wollen können ich kann mal kein Schaden mehr mit dem Volk schon gemacht ich bin ja okay tschüss du brauchst kein Schaden mehr und auch 2 das ist ein kritisches Treffer das hat er noch nicht nur für wenige Schadenskrieg Auremberg Prozent 1 3 der Klappe der Klappe der Klappe der Klappe der Klappe die Städte weniger Schadenskrieg wir haben ja wir sind jetzt geht es darum die zeit und ein paar kleine flieger maus und zu sein wird ich schiebte nur auf die kürze kassierende sehr wichtig ja ein punkt gefehl ich habe nicht die musik name name war das herr geht hatte ich noch nicht unter treppen sind ja ruft vorab für das sind zwei treppen ja bis zum nächsten mal und schon muss die treppen